Mein Arbeitgeber ist die Ebner-Gruppe hier in Leonding und wir beschäftigen uns mit thermischen Prozessen, mit Wärmebehandlungen für die Stahl-, Aluminium- und Kupferindustrie. Das heißt, unser Ziel ist, dass wir effizientere Metalle unseren Kunden bereitstellen. Wir sind wirklich mit Tätigkeiten beschäftigt, wo man einfach jeden Tag eine Herausforderung hat. Ich bin Prozessleitsystemtechniker und entwickle Visualisierungssysteme für das Produkthaubenofen. Der Standort ist sehr gut erreichbar. Wir haben ausreichend Mitarbeiterparkplätze. Wir haben auch eine sehr gute öffentliche Anbindung. Egal von was für einer Umgebung, dass man her ist, ist die Firma Ebner sehr gut erreichbar in Leonding. Mein Arbeitsplatz ist, denke ich, sehr funktional, modern hell. Ich habe eine klassische Ausstattung. Ich habe alles von der Arbeitsausstattung, was ich benötige. Also uns werden Laptops zur Verfügung gestellt, da wir auch Homeoffice-Möglichkeiten haben. Ich bin der Meinung, dass mir fürs tägliche Arbeiten nichts fehlt. Bei der Firma Ebner haben wir zahlreiche Mitarbeitervorteile. Wir haben eine eigene Mitgliedskarte, mit der man in ganz Oberösterreich sehr viele Rabatte und Vergünstigungen genießen kann. Zusätzlich wird auch noch eine hauseigene Kantine angeboten und nach der Arbeit kann man auch gern noch das Fitnessstudio im Haus besuchen. Generell gibt es sehr vielfältige Karrierechancen. Wir sind im Anlagenbau tätig. Das heißt, jedes Produkt und jede Lösung, die wir unseren Kunden anbieten, ist fast immer einzigartig. Aufstiegschancen bei der Firma Ebner würde ich persönlich einschätzen als sehr hoch. Das lässt sich erkennen an dem, dass sehr viele Personen, die jetzt derzeit in Führungspositionen sind, auch eine Lehre bei der Firma Ebner gestartet haben. Die Ebner-Gruppe ist sehr familiär. Es wird wirklich jeder Mitarbeiter geschätzt. Obwohl das Unternehmen groß ist, hat man trotzdem nach wie vor das Gefühl, dass das Kollegiale und das Teamgefüge sehr gut ist. Unser Anspruch an die eigene Entwicklung ist Driving Green Technologies. Da haben wir das Ziel, dass wir unseren Kunden der Metallindustrie Lösungen und Prozesse zur Verfügung stellen, wo sie ihre Emissionen in Zukunft reduzieren können. Ebner ist ein international ausgerichtetes Familienunternehmen, bei dem grüne Technologien im Fokus stehen und bei dem Kundenzufriedenheit groß geschrieben wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.fού.de Bis zum nächsten Mal.